Das passt schon. Ey, geil. Denkst du, morgen passiert irgendwas in Area 51? Ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, es gibt viele Leute, die hypen das. Die sind da total heiß drauf. World Life, vielen, vielen Dank für deinen Reset. Danke dir. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es aber natürlich auch nicht, ne? Vielleicht kommen morgen die Aliens auf die Erde, wer weiß. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich denen das aber nicht empfehlen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Okay, das sieht jetzt irgendwie aus wie voll gewollt. Das ist so... Naja, gut. Egal, es ist ja auch gewollt im Grunde genommen. Ich weiß, ich weiß. Das mit der Symmetrie ist fürchterlich. Aber das Problem ist, Natur ist nicht symmetrisch. Dieser Hügel dort hinten ist auch nicht symmetrisch. Da müssen wir ins Leider Gottes durch. Es gibt keine symmetrische Natur. Auch wenn mir das sehr... Selbst mir das sehr schwer fällt gerade. Aber es geht leider nicht. Tobi bei der Geburt seines Babys. Es sieht aus wie gewollt. Es sieht aus wie gewollt. hin oder machen wir ein riesengroßes Feld? So ein bisschen wie bei Erik bei Pumpkin Days. Das frage ich mich gerade. Hm. Zwirig, zwirig. Oh ja, mit den Walls. Stimmt, stimmt, stimmt. Nicht mit Zäunen, sondern wir nehmen die Steinwände. Ihr habt natürlich recht. Ihr habt recht, ihr habt recht. Das sieht natürlich dann viel geiler aus. Da nehmen wir die Steinwände für. Ich glaube, ein großes wäre halt insofern sinnvoller, dass man nicht so viel zum hin- und herlatschen hat, weißt du? Also, ja, guck, was hast du hier hinterher? Ja, das ist, ne? Jetzt ist das, ja, egal. Ach, warte mal, mein Bett ist ja da hinten. Ich gehe gerade mal kurz pennen. Machen wir eine ganz kurze Kreativpause. Lass die Hundis mal schimpi machen. Bin dann gleich wieder da. Und dann bauen wir das riesen Fällchen hier mal. Wenn man irgendwas Cooles überlegen, irgendwas Geiles, was man da noch hinbauen kann, wo man sich dann hinstellt und sagt, boah, cool. Geil. Vielleicht ein kleines Häuschen, so ein Lagerhaus, so wie bei dem Life in the Woods Let's Play oder sowas, aber wirklich ein kleines Lagerhaus. Kein großes. Ein Brunnen. Boah, das wäre wirklich auch eine geile Idee. Boah, ich merke langsam echt, dass mir der Kopf zugeht. Das Problem ist, ich habe gerade Nase geputzt. Es ist bestimmt wieder dunkel draußen jetzt, ne? Ha, 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 ha. Tobi ist reingelaufen. Ja, lustig. Guck's dir doch an. Guck's dir an. Guck's dir an. Guck's dir an. Okay, es wird gerade wieder dunkel. Ich bleib gleich mal hier. Mann, 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 Mann. So. Okay. Dann können wir gleich wieder pennen gehen. Ich esse gerade mal was. Achso, die Musik. Die Idee. Oh, eine Mühle. Ja, das ist natürlich geil. Stimmt, eine Mühle wäre natürlich echt nice. Da lässt sich, glaube ich, drüber reden. Habe ich zwar noch nie wirklich geschafft, eine schöne Mühle zu bauen. Aber, das wäre eine coole Idee. Auf jeden Fall. Ach, das Spotify-Wilder im Chat. Scheiße. So. Zack. Kiertab, vielen Dank für deine zwei Subgifts. oder Giftsubs. Dankeschön. Und Malmix natürlich auch. An dich ein ganz liebes Dankeschön. Ich muss sogar mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Okay. So. Nice. Geile Wache. Ja, ne. Also, wenn ich jetzt unbedingt Hilfe brauche dann frage ich den Chat. Oder gucken wir das Let's Play vom Erik einfach nochmal an. Aber Fragen brauche ich denen da jetzt nicht. Das kriegen wir schon hin. Glaube ich. Das kriegen wir hin. Mit Zäunen und Wolle geht das eigentlich. Ich glaube, das Schwierigste ist einfach immer nur hinzubekommen, dass die Mühle, also dass sich dieses Ding von der Mühle auch richtig rumdreht. Weißt du? Dass das gut aussieht. Ich glaube, das ist eigentlich das Schwierigste an so einer Mühle. Wie wäre es mit einem SM-Studio? Ja, natürlich. Let's go. Den kleinen SM-Keller hatten wir ja schon. Haben die jetzt gerade hier noch zwei Tore gemacht? Was ist das für eine Mannschaft, Alter? Die haben in den 90. zwei Tore geschossen. Krass. Oh, Digga, weißt du, was ich echt traurig finde? Ich sehe das gerade hier bei Wolfsburg. Ich sehe das gerade bei Wolfsburg. Da ist ja gar nichts los. Im Stadion. Das ist ja echt mega traurig irgendwie. Das ist Europa League, Alter. Das ist Europa League und im Wolfsburg-Stadion ist echt nicht... Also, die Kurve ist zwar voll, klar. Die eingefleischten Fans. Aber sonst? Das ist aber traurig. Ich glaube, heute machen wir durch. Ja, ich glaube auch. Hey, Pan. Das ist doch kein Problem. Ja, aber Wolfsburg gewinnt wenigstens. Das stimmt. Aua. Das stimmt natürlich. Hm. Niceness. So. Okay. Pass auf. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben am Planen, ne? Wir müssen jetzt mal gucken... Was wollen Sie jetzt von mir, junger Mann? Lassen Sie das bitte. Oh, guck mal. Dann sind noch Skelette. Die könnten wir mal noch... Alter, was für ein Hit. Gut, Lord. Look at me. I'm the hero. Okay. Pass auf. Wir müssen hier noch Erde reinsetzen. Das machen wir gerade mal noch. Okay, warte mal. Ah, gut. Hat sich die Kati eigentlich die Knoten geholt? Ja. Und hat mich als Dankeschön direkt eingebaut. Mit, äh... Mit Beeren. Okay. Okay, okay. Irgendwo ist es hier zu dunkel. Aber wo? Da unten wahrscheinlich. Ich schätze mal hier unten. Hm. Na ja, egal. Scheiß drauf. Ich meine, an sich ist es nicht schlimm. Weil die Creeper machen ja nichts kaputt. Von daher ist das halb so wild. Markus, ich grüße dich. So. Ähm... Wir wollten machen folgendes. Wir wollten... Ich wollte mal die Blumen hier aussortieren. Aha. Wo kommt dieser... Wo kommt dieser... Dorfbewohner denn schon wieder her? Ist doch unfassbar. Hat mir hier einer Dorfbewohner hingesetzt, oder was? Das wäre aber nicht sehr nett. Ja, bitte? Was kann ich für sie tun? Das ist ein bisschen... Fahrender Händler. Cool. Ein fahrender Händler. What? Burt. Burtus, Alter. Vielen, vielen Dank für 10 Subs. Dankeschön. Danke, 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 danke. Liebe geht raus an dich. Vielen, vielen Dank. So. Wer sind sie jetzt? Und was wollen sie hier? Fahren. Hm? Was willst du? Mach die Biegel, Junge. Oh, der will sich etwa sein Lama herholen. Sag mal, hat Kathi das jetzt Münster-Erschaft abgebaut und einfach wieder so einen Penis da stehen lassen? Sag mal, Kathi, geht's noch? Hm? 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 Alter Schwede. Das ist doch echt... Es ist echt. Kathi, sag mir mal lieber, ob du das Lama irgendwo geklaut hast. Hier steht so ein komischer Dude vor meiner Tür und macht die ganze Zeit... Janine. Oder Janine? 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 Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Subs. Dankeschön. Auch hier geht Liebe raus an dieser Stelle. Danke. Danke, 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 danke. Dankeschön. Der belästigt uns auch immer. Boss, der ist ja echt super nervig. Der Typ. So, warte mal. Ähm, Mauer. Die Mauer muss wäsch. Die Mauer muss wäsch. So, pass auf. War das so? Oh, das konnten gar nicht so viele werden, ne? Puh. Wir machen mal nicht allzu viele gerade. Ja, wobei, wir werden sie eh brauchen. Das Lama heißt Dalai. Wenn du verstehst. Verstehen? Äh, ich packe mal gerade das Wasser hier rein. Und nehme die Steine wieder mit. So, pass auf. So. Guten Tag, Jungemann. Geht sie bitte. Hau ab. Geh. Geh. Hau ab. Verpiss dich. Mach die Biege. Kusch dich. Wenn der nachher immer noch da ist, knall ich ihn ab. Wir sind hier fast wie in Amerika. Sobald er mal ein Grundstück betritt. Was ich cool fände, was ich cool fände, wenn die nicht nur spawnen würden, sondern, wenn die auch anfangen würden, neue Siedlungen zu bauen. Das wäre cool. Könnte vielleicht auch ein bisschen nervig werden, weil die wahrscheinlich einfach an x-beliebigen Stellen anfangen, plötzlich ihre Häuser hochzuziehen. Aber das wäre schon cool. Das hat nichts mit kaltem Herz zu tun. Ich habe ihn einfach gebeten, zu gehen. Und wenn er das nicht macht, dann muss ich ihn halt bitten, zu gehen. Für immer. So, pass auf. Folgender Plan. Äh, hier. Der da jetzt, ne? Ich meine, cool wäre natürlich, wenn die Mühle dort hinten hochragen würde. Vor dem Hügel. Jetzt überlege ich nur gerade. Ich überlege gerade. Oh, das iPad kommt mal aus. Äh. Ob wir. Pass auf. Dann ist die Aussicht kaputt. Das stimmt natürlich. Ich meine, wir könnten die Mühle auch hier hinsetzen. Ah, ich glaube, kreisförmig da rum wird ein bisschen eng werden. Was wir machen könnten, wir könnten theoretisch gesehen die Mühle in die Mitte setzen und zwei Felder machen. Also, auf diese Seite ein Feld, dann in die Mitte die Mühle und da hinten nochmal ein Feld. Das würde gehen. Dann könnte man hier vorne vielleicht, hier, alles so ein bisschen zu pflanzen mit Bäumen, dass das hier zuwächst. Und dann von hier hinten quasi einen Weg machen. Von hier diesen Weg einfach weiterführen. Den Weg aber nicht hier lang führen, sondern hier durch diese Bäume durch. Hier so, zack, 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 hier so durch. Dass man dann quasi hier oben hoch geht und dann gerade auf die Mühle zuläuft. Das würde natürlich gehen, theoretisch gesehen. Jetzt überlege ich nur gerade, dann wäre es ja schon fast gescheiter, wenn wir die Mühle zuerst bauen. Für die Mühle brauchen wir aber tatsächlich Holz. Das habe ich jetzt nicht dabei. Das heißt, wir fangen mal mit dem Feld an. Irgendwie. Ah, der Anfang immer, ne? Das ist immer, den Anfang finden, das ist immer schwierig. Das ist nie so ganz einfach. Ich mache einfach mal. Da haben wir hier zwei und da haben wir auch zwei, ne? Wie haben wir denn jetzt hier? eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, drei, zehn, vier, zehn, fünf, zehn, 16. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, zehn, 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 okay, das ist ein bisschen länger. Markus, mit K, mach's gut. Bis schon nächste Mal. Machen wir den hier gerade mal. Ich mache erst mal zu, ne? Und dann können wir ja später sozusagen noch den Rest machen, wenn wir die Mühle dann bauen. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, jetzt die Felder, äh, zu machen. Aber ich würde die Felder gern endlich mal machen, damit wir Sachen anbauen können. Verstehst du? Darkwolf. Vielen, vielen Dank. Für deinen Resub. Und Orange. Auch an dich ein ganz liebes Dankeschön. Und an Leonie BNR. Auch an dich ein ganz liebes Dankeschön. Danke für den Sub. Für den Resub sogar. Dankeschön. Ich denke, immer hier drin steht ein Creeper. An all die Schlafen gehen natürlich eine g-g-gute Nacht. Braucht Fleisch nicht, Gemüse. Ach, verdammt. Dann bauen wir halt eine Fleischfarbe. Nein, bauen wir nicht. Ja, wir gucken mal. Die Tierfarbe machen wir, wie gesagt, auch. Aber die Tierfarbe wird auf die andere Seite kommen. Die werden wir... Ähm, die werden wir auf die andere Uferseite packen. Und den Fichtenwald dort drüben. Da auf die andere Seite. Das ist, glaube ich, besser. Dilbreed, ich weiß zwar nicht warum, aber ich grüße dich. Hallo. Guten Abend. Scheibenwitscher. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Gegen unrunde Summen. Finde ich nicht gut. Dankeschön. Äh, wie viel hatten wir jetzt gehabt in der Länge? Eins. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 13, 14, 15 in der Länge. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie groß wird so eine Mühle. Puh. Puh. Groß, ja, ne? Denke ich mir halt auch gerade. Eins, zwei, drei. Äh, wobei, so fange ich jetzt gar nicht an hier. Das ist der Schwachsinn. Ich mache mal den hier. Warte. Ich glaube, das sollte am Platz für die Mühle locker reichen. Das muss, das muss reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, toll. 5, 6, 7, 8, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Einer ist zu viel. So. Alright. Keep on rolling. Keep on rolling, 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 rolling. Okay. Ja, das muss locker ein Platz für die Mühle reichen, ganz ehrlich. Sieht ihr aus, das baut Tobi ein Friedhof? Vielleicht macht jetzt das ja auch. Ein Friedhof für Klausi. Und nur für ihn. So, jetzt müssen wir in die Mitte hier irgendwie eine Tür reinmachen. Ist das ungefähr die Mitte? Ich glaube doch schon. So. Da könnte man sogar theoretisch gesehen einen Torbogen drauf machen. Kann man machen? Jetzt sieht es noch mehr nach Friedhof aus. Okay, komm, wir machen das mal wieder weg. Scheiße. Oh. Lassen wir das lieber. Die Musik gerade auch dazu. Das passt halt gerade so gut. Voll die Friedhofsmusik. Es sieht wirklich voll nach Friedhof aus gerade. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, passt perfekt. Wunderbar. Guck mal an den hier. So. Okay. Weil ich noch überlege, ob wir den Eingang vielleicht nach vorne machen von den Feldern. Das wird wahrscheinlich am Ende besser aussehen. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns mal um die Planung inside sozusagen kümmern. Denn, ähm, wir werden, wie viele Felder macht so eine Wasser-Dings? Wobei, ich mach das, es muss gut aussehen. Warte mal. Ich brauch Fackeln. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Geht schon mal nicht auf. Machen wir nicht. Jedes zweite wird dann wahrscheinlich, wobei, jedes zweite könnte aufgehen. Eins. Zwei. Zwei. Dann haben wir hier noch einen frei und da noch zwei. Ah, das ist, das ist jetzt kritisch, ne? Das ist jetzt wirklich kritisch. Eins, zwei. Ich sag mal, wenn wir, wie war das bei drei? Wie viel Platz war dann da hinten? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier müsste dann theoretisch gesehen der letzte sein. Gut, Freunde, da gibt's nur eins. Ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts machen. Was. olut. Was.